Hallo Party People! What up in the club? Das ist nicht meine Begrüßung, aber ich fühle mich auch nicht nach meiner normalen Begrüßung, weil das ist kein normales Video. Ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, irgendwas Aufwendiges wie Stranger Bill zu machen, deswegen ist das jetzt halt das Ersatzvideo, I guess. Ich habe mir die Frage gestellt, ist Sims 4 jetzt eigentlich tot? Weil irgendwie ist bei allen, von denen ich den Content schaue und bei mir selber auch, das Ganze komplett klickmäßig so und das ist nicht so normal, dass das einfach so random passiert. Und ich meine, es gibt natürlich halt Leute auf Twitter, die halt dazu aufrufen zu boykottieren und andererseits sind ja viele auch einfach enttäuscht, wegen dem Patchdale angeblich so viele Probleme gemacht hat. Was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach keine Probleme habe, ich glaube halt, wenn ich diese Probleme hätte, kann ich es sehr gut nachvollziehen, denn, keine Ahnung, das, was gesagt wurde, das ist halt schon krass. Und ich glaube, dann würde ich mir auch so denken, so Bitch, what the fuck, warum sollte ich dieses Spiel spielen? Aber es ist halt nicht der Fall, also ich kann dieses Spiel ganz normal spielen, wie sonst auch. Also ich habe gar keine Probleme, so in diesem Sinne. Das Einzige, was ich ja als Bug bemerkt habe, ist dieses, oh mein Gott, meine Sims können nicht altern. Aber da habe ich ja auch einen Fix gefunden und deswegen juckt es mich halt nicht. Ich finde es halt schade, weil ich finde immer noch, dass dieses Spiel gut ist und es macht mir auch immer noch Spaß und das macht mir auch immer, also das hier macht mir auch immer noch Spaß, aber wenn mir irgendwann keiner mehr zuguckt, dann brauche ich das, also dann kann ich auch alleine spielen, so wisst ihr. So, ähm, weil es ist natürlich immer dumm zu sagen, ich mache das nur für mich selber, weil ich mache mir natürlich sehr viel mehr Stress, wenn ich das für, also für YouTube spiele, als wenn ich privat spielen würde, wisst ihr. Weil ich rede und, also das mache ich zwar privat auch, aber halt nicht so viel und halt so einzelne Wörter oder so und nicht so, Ich erzähle jetzt komplett meinen Plan, was ich vorhabe. So, warum sollte ich das zu mir selber tun? Und, äh, ja, auch sonst möchte ich natürlich halt in der Folge halt auch möglichst viel Spannendes in dem Sinne schaffen, weil sonst guckt das ja keiner. Also das wäre sonst ein bisschen dumm. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich finde es halt auf jeden Fall schade, dass das gerade einbricht, weil nicht nur, dass halt meine Videos nicht mehr geguckt werden, von den Leuten, die ich mag, werden die Videos nicht geguckt, oder die denken sich so, lol, ich lade einfach gar nichts mehr hoch, weil Sims 4 ist doch gar nicht so toll. Und ich denke mir so, Bruder, aber du hattest doch auch gar keine Probleme bei dem Patch. Bitte laden Videos hoch, ich brauche den Content. Also ich bin ja, wie gesagt, nicht nur jemand, der das hier produziert, ich bin ja auch jemand, der das hier konsumiert, so. Und wenn das fehlt, dann ist irgendwas in meinem Alltag nicht komplett, wisst ihr, weil das gehört dann einfach dazu, dass ich mir halt irgendwelche Sims 4 Sachen angucke. Und das ist halt komisch, wenn das nicht da ist. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass das vielleicht mit dem nächsten Patch wiederkommt, dass Leute sich so denken, so, yes, die Diversity mit den Hautfarben, das hat so super geklappt und die haben so viel gefixt mit ihrem neuen Update. Wir lieben es und deswegen, I don't know, springen wir doch wieder auf den Sims 4 Hypetrain auf. Ich weiß es nicht, ich wünsche es mir einfach, weil mir geht es nicht darum, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, 10 Klicks weniger mache als sonst. Weil, keine Ahnung, also ich bin froh, solange es überhaupt jemand guckt. Aber ich möchte halt Content konsumieren, Leute. Das funktioniert doch so nicht. Ja, das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Und jetzt möchte ich nochmal über mich selber sprechen, hier am Ende des Videos. Also wenn euch das nicht juckt, dann könnt ihr auch gerne abschalten. Ich bringe dieses Video hier, damit halt überhaupt was kommt, weil, naja, sonst wäre halt gar nichts gekommen. Eigentlich wäre ja Strangerville gekommen. Aber ich hatte einfach, es gab so gar keine Zeit und auch gar keinen Nerv oder Kraft, die Zeit eine Stunde aufzunehmen und das dann runter zu cutten. Was Strangerville ist halt, finde ich, schon nochmal aufwendiger als die 100 Baby Challenge, weil ich möchte natürlich ja auch mein Storytelling euch näher bringen. Und ich bin auch der Meinung, dass das Projekt bisher besser ist als die 100 Baby Challenge. Deswegen, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut bitte rein. Also es ist halt nicht nur dieses Strangerville, wie ihr Kunden, was da passiert, sondern halt auch wirklich mein Storytelling Aspekt. Und ja, also ich freue mich, wenn ihr da reinschauen würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil ich finde es besser als die 100 Baby Challenge. Kann natürlich jeder anders sehen, aber ich finde, es ist halt vor allem abwechslungsreicher, so grundsätzlich. Ich verspreche euch, dass am Samstag die 100 Baby Challenge wiederkommt. Und über Weihnachten habe ich ja dann auch frei und so, da versuche ich auch ein bisschen was vorzuproduzieren. Das hat wirklich einfach, was vernünftig kommt und so, weil zum Beispiel, es hat jetzt ja nicht geklappt, weil letzte Woche war ich ja krank. Und dann hatte ich ja, so am Samstag hatte ich dann ja noch Fettmigräne und so. Und mir ging es halt richtig scheiße. Und Sonntag hatte ich dann halt auch einfach noch andere Sachen zu tun, als jetzt halt nur mich um meine Videos zu kümmern. Das ist jetzt Montag und ich mache das jetzt hier komplett fertig. Also ich nähe das ab, ich werde das gleich schneiden und ein Thumbnail machen und keine Ahnung was. Damit das hier Mittwoch kommen kann, weil am Dienstag gehe ich zur Fahrschule. Das habe ich jetzt, also ich gehe jetzt ja seit 9 Uhr zur Fahrschule. Das ist halt jetzt, was mir halt natürlich noch Zeit, also Freizeit wegnimmt, wo ich jetzt noch was hätte machen können, weil sonst wäre das vielleicht sogar noch was geworden mit Stranger, I don't know. Und am Mittwoch, wo das Video rauskommt, habe ich, kurz bevor das Video rauskommt, habe ich ein Bewerbungsgespräch an einen Berufskolleg. Und ja, da kann ich jetzt halt logischerweise auch nicht viel machen. Und das ist halt so, was mich halt dann, ja, was halt mir sagt, das funktioniert ja gerade nicht so. Und irgendwie bin ich total gestresst und Donnerstag ist noch ein Tierarzttermin und irgendwie ist das alles sehr viel gerade. Und ja, diese Woche ist ziemlich zugeballert und dafür könnt ihr nichts. Und jetzt sagen manche bestimmt, ja, lass doch einfach mal ein Video ausfallen. Aber es ist das einzige Hobby, was ich habe und ich werde definitiv nicht mein Hobby in irgendeiner Form aufgeben. Und ich werde dieses Hobby zweimal die Woche machen, sofern ich es kann. Weil, also wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, im Krankenhaus bin, dann werde ich natürlich schon sagen, okay, Boni, machen wir jetzt nicht, ne. Aber ansonsten möchte ich hier, dass zwei Videos die Woche erscheinen oder zumindest eins die Woche. Weil ohne Witz, ich sehe nicht ein, dass dieses Streak hier beendet wird, ja. Also dafür habe ich mir jetzt so viel aufgebaut, was das angeht. Und ja, deswegen, ich nehme das hier sehr ernst und das ist halt mein eigener Stress und so. Aber ja, manche fragen halt tatsächlich auch nach, wenn ich irgendwie sage, so, irgendwie ist das gerade ein bisschen schwer. Und die sind so, aber was mit den Minus? Und ich so, ja, ich komme trotzdem. Ich kriege das hin. Und ja, also wie gesagt, wenn ich dann frei habe Urlaub, dann wird das schon irgendwie, dass ich das hinkriege, dass ich das ein bisschen besser geregelt kriege. Vielleicht war es auch einfach ein bisschen überheblich, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt einfach noch ein Projekt, wo ich einfach eine Stunde aufnehme und das runtercutte, anstatt dass ich da einfach sage, ich mache hier zwischendrin einfach eine Challenge oder so. Weil das ist natürlich für mich einfacher aufzunehmen, weil dann nehme ich vielleicht 20 Minuten auf und cutte das dann runter. Und 20 Minuten und eine Stunde ist ein Unterschied, wisst ihr? Und das ist halt sowieso auch vom Zeit, also zum einen die Aufnahme ist natürlich länger, dafür geht dann noch mehr Zeit drauf. Und der Schnitt obviously auch. Und das ist halt so, wo ich mir denke so, warum habe ich mir das angetan? Also ich freue mich auch, ich finde es toll. Aber andererseits denke ich mir so, boah, Mädel, als hättest du gerade nicht genug Stress in deinem Leben. Aber, ja, also ich weiß, dass sie dafür immer Verständnis zeigt und so, aber, ja, I'm sorry, wenn mal irgendwas ausfallen sollte, dann wisst ihr halt, warum. Wenn, würde ich es auch immer auf Instagram und Twitter ankündigen, so. Aber, you know, ich bin immer dieser Mensch, der sich in diesen Videos rechtfertigt. Ja, mehr wollte ich auch eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, wie gesagt, dass Sims 4 wieder nochmal ein bisschen mehr Hype bekommt, weil ich möchte mehr Content sehen und ich möchte mehr Content... Okay, ich möchte nicht mehr Content produzieren. Das ist schon ganz schön eine Menge, was ich hier mache, gerade für mich persönlich. Aber ich möchte natürlich, dass mein Content auch gesehen wird. Also von mehreren Leuten so. Und, ja, also wie gesagt, solange mindestens einer guckt, mache ich das auch noch weiter. Aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn es mehrere Leute so sehen sollen. Und deswegen, aber, ja. Also wie gesagt, guckt euch Zvengerville an. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin.